GTA ist wieder da Okay, wir schauen mal Ich weiß nicht, ob wir dabei sind Aber es ist auf jeden Fall auf Fastlife, okay? Was geht ab, Leute? Ey, es geht wieder los, GTA, Bruder, was ist los, Alter? Und Leute, wenn ihr im Hintergrund irgendwie Kinder hört oder so Ey, bei mir sind 5 Familien-Räume Wenn ihr irgendeinen Schreien hört, sorry, Bruder, Wallah, was soll ich machen? Was soll ich machen? Auf jeden Fall, ey, ich hab nachgedacht, Leute Guck mal, wir haben alles in GTA schon gemacht Wir haben so viel Action gebaut, aber eine Sache noch Haben wir noch gar nicht geschafft Leute, wir müssen einen Banküberfall machen Oh nein, auf Fastlife einen Banküberfall Die würden doch direkt stürmen Ich sag euch ehrlich, alleine, ich konnte gar nichts machen Ich werde jetzt irgendjemanden suchen, der mir hilft Oh mein Gott Hallo Hi, was geht? Was machst du hier? Was soll denn das hier? Ey, Ding, ich muss mit euch reden Wer ist euer Chef, Lan? Ich steh vor dir, du Hund, was machst du hier? Wir haben sogar Helikopter Es ist einfach Bilal Es ist einfach Bilal Los, los, steig rein, steig rein, steig rein Heiz den Maul, nächstes Mal werdet ihr sehen, Mann Was wünsch du? Du gehst, das ist der DJ, Alter? Das ist der DJ Das ist einfach der DJ Oh mein Gott, der ist ja überall an Weil Arafat kein Fahrrad hat Aber ich hab eins Ach du Scheiße Ja, okay Habt ihr Masken? Natürlich Natürlich Zieht eure Masken an, ich mach Auge Wir gehen Geiseln erstmal holen Ja, Mann, wir holen erstmal Geiseln Mit meinem Benzer, kommt Bruder, wir sehen einfach aus wie Edienfamilie, Bruder Die machen Urlaub in Deutschland Auf der Welt Bruder, hört mal zu Bei Geiseln, bei Leuten entfüllen bin ich der Beste Glaubt mir, passt jetzt gut auf Da fährt jemand, da fährt jemand Ey, stehenbleiben, 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 stehenbleiben Tami, ich mach das, chill, chill, chill Was war das gerade für ein Schrei? What the fuck? Da fährt jemand, da fährt jemand Ey, stehenbleiben, 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 stehenbleiben Tami, ich mach Steh, chill, 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 mach nix Chill, 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 chill Hey, hey du, hörst du mich? Lahn, hörst du mich? Mach deine Hände hoch Lahn Mach deine Hände hoch Nimm den fest Ich hab gegen dich Auge gemacht, deswegen bist du jetzt in Hubs So siehst du auch aus Chill mal, Bruder Wieso siehst du aus? Warte mal, der wird stresst, hä? Es nicht siehst du aus, Bro Ey, weißt du, ich wollte jetzt stöp, 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 stöp Ey, Bruder, ist der tot? Ja, Bruder Der ist tot Da ist jemand Ey, entschuldigung, 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 warten Sie mal kurz, bleiben Sie mal stehen Was ist doch der DJ wieder? Steig aus, oder? Steig aus, nein Weißt du, wer ich bin, weißt du, wer ich bin Weißt du, wer ich bin, nein Ins Auto mit ihm Kleiner Blender Warum bin ich, warum bin ich gefesselt? Was macht ihr denn? Jawoll Bruder, was habt ihr gemacht? Ihr habt mich gefesselt, der fährt weg Bruder Chill mal, chill mal, komm mal her, komm mal her Komm her, Mann Warum bist du so frech, hä? Ins Auto mit ihm Ey, Digga, bitte Dieser Banküberfall wird der krass zu sein und ganz geht Man merkt wirklich, wie die ganze Spieler schon vom Fastlife, ne? Wirklich Steig aus, steig aus Mein Schiechhahn, dankeschön Jaaaa Ey, seid mal leise jetzt, Mann Ihr seid jetzt unsere Geiseln Die scheiß Füße Ja, Mats Halt's mal jetzt Also, habt ihr noch ein Geiseln? Oh mein Gott, ihr Polizisten, äh, fesselt Polizist ist Geisel, haha Hallo? Red nicht, Yallah, seid leise Ey, red nicht, sonst schieße ich dich ab, dann brauchen wir dich nicht mehr Soll ich mir das Dörfstörfstörf machen? Herr Polizist, Sie können Ihre Kollegen rufen Hier wird alles in Luft fliegen, Mann Wuuuuh Wuuuuh Ey, wie läuft die Arbeit? Ich muss hacken, Bruder Hack los, hack, Mann Die scheiß Bullen kommen gleich, los Verdammt nochmal schneller, Mann Los, Mann, los Guten Tag, meine Herrschaften Was gibt's? Ja, aber haben Sie denn Geisel nachher? Wir haben Geiseln Wir haben sogar eine große Geisel, die Sie interessieren würde Wir haben einen Polizisten von euch mitgenommen Ja, dann zeigen Sie mir den Sie wollen den Polizisten sehen? Gar kein Problem Ich möchte eigentlich jede Geisel sehen Sie möchten jede Geisel sehen? Wir schicken sie jetzt runter, ja? Sind Sie bereit? Okay, bis gleich Hey, bringt mal alle Geiseln runter, die sollen die sehen, los Hey, bisschen Abstand halten, Mann Ich sagte Abstand halten Hör doch mal Ich springe gar nicht in die Luft, Mann Hey, Freudein, alles klar bei Ihnen? Ja Gib mal deine Nummer Nach Überfalle Einfach mit Banküberfalle, das hat typisch wirkt Und haben wir die Geiseln, Mann, los Hey, hört mal zu Was hast du gesagt? Wer hat es gerade gesagt? Wer hat es gerade gesagt? Wer hat es gerade gesagt? Der Rechts Und tief das Was? Den da, den haue ich jetzt Den haue ich jetzt Ey, geht mal zur Seite Geht mal zur Seite Steff, steff, steff Ja Ey, der Zielgut war auf mich Ja Hä Hä Warum 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 schießt der Verdammt nochmal Leute, rennt Was hab ich getan? Wer rennt Bro, einfach Eskalation Es war alles so gechillt Die ok Die wollten behandeln Auf einmal Auf einmal Wo bin ich? Oh mein Gott Hey Ich bin nicht hier aufgewacht. War das nur ein Traum? Hallo, Herr Arzt, Herr Arzt. Ja. Mir geht's schlecht. Ich dachte, ich habe einen Albtraum. Okay. Halland. Ey, der Wagen war einfach... Ja? Oh, ja. Ich habe einfach sein Auto geklaut. Mercedes alle, geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Ey, die gelben Bananen wollen mich... Pass ich dir schon. Ich bin Bananen. Ey, fuck, fuck, fuck. Ihr habt gewonnen. Was wollt ihr, Mann? Lächt dich gut. Dreh dich um. Warum? Dreh dich um. Ey, hör mal zu. Was machst du da, Bruder? Was soll ich los? Du kommst jetzt mit, Digga. Du kleiner Buss, dich f***er. Ja, ja, ich schwöre. Genau das dachte ich mir auch gerade. Wenn er mit den Vargos abhängt, dann muss er auf jeden Fall viel wegpiepen und viel wegschneiden. Genau das perfekte Zeichen, weil wenn die Vargos einmal anfangen zu reden... Fertig. Videos gelben. Das war's. Keine Einnahmen mehr für die nächsten vier Monate. Gibt's nichts mehr. Das war's. Du f***er, du kleiner Buss, dich f***er, das ist dein alles. Wo bringt ihr mich hin? Guck mal, wie viele sie beleidigen. Guck mal, wie viele sie beleidigen. Die machen gar keinen RP, die beleidigen einfach nur. Was hab ich getan? Weiß die Fresse hier. Ah, du Banane, Bruder. Mach nicht auf cool vor deine Freundin. Digga, du bist gleich tot, wenn du weiter zur Rede ist. Du bist tot. Wer will zu töten? Wer will zu töten? Wer will zu töten? Hier vor mir. Allah! 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 Ja! Ey, hilf mir! Hilf mir! Ah! Ja, ja! Weg, muss. Ah! Ich lebe! Oh. Ja! Leute, ich gebe zu, das war asozial von mir, was ich alles gemacht habe. Oh, ich will jetzt mal. Und Leute, ich habe mich entschieden, ich werde Zucuk verkaufen. Ich habe eigene Gewerbe angemeldet, die Stars, ihr wisst Bescheid. Darf ich euch vorstellen, ich verkaufe heute Zucuk. 100% Highlight, wenn man was anderes sagt, kriegt Schläge. Hier wird unsere Zucuk gemacht. Da ist unsere Maschine. Seht ihr, alles perfekt? Sehr schön. Sie können mitkommen. Wir verkaufen gleich Zucuk. Wie gesagt, bei uns 100% Garantie. Hier kommt die Zucuk-Soße. Und bei uns ist es so. Ey, der Typ hat 28 Millionen auf der Hand. Hä? Warum? Was ist das denn? Hey, das habe ich ja gar nicht gesehen. Da ist sogar das Halalabzeichen drauf. Hey, wie geil ist das denn? Ey, oh mein Gott. Baba, wirklich richtig geil. Kein Schwein, Amka. Kauft, wird selber zu Zucuk gemacht. Assis Zucuk. Kein Schwein, 100% Halal. Also, wir verkaufen jetzt Zucuk. Steigt ein Land. Los, mitkommen, mitkommen, mitkommen. Da sind die ersten Kunden. Hallo. Hallo, wir sind hier, um Zucuk zu verkaufen. Abo. Ich nehme eine ganze Packung. Hallo, wie viel Zucuk wollt ihr? Alles voll, Bruder. Also, langsam, langsam. Eine Zucuk kostet 10.000. Was, Bruder? Richtig, du scheiß Wut. Was, was, Bruder? 10.000. Das ist... Ich töte. Okay, warte. Guck mal, komm mal her. Boah, der eine hat wieder gar keinen Bock auf RP. Er will ihn direkt wieder umbringen, weil er auf seinem Anwesen ist. Der ist wieder richtig aufgepackt. Siehst du das da vorne? Ich schwöre auf deine Mutter. Ihr habt immer Bismillah, 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 Bismillah gesagt. Bruder, ich schwöre auf alles. Wenn du willst, kann ich mir zwei, drei zeigen, aber 10.000 Euro kostet eine. Also, wir haben genug dabei. Ah, hier hinten ist aufgegangen. Mach wieder auf hinten, Klappe. Ah, wir machen Klappe auf. Die Leute wollen Zucuk haben. Also, schaut rein, schaut rein. Langsam, lang... Ah! Alle, die Zucuk wollen, stellen sich genau nebeneinander vor die Zucukladen. Okay, aufstellen. Okay, ab drei kriegt ihr es. Der erste kriegt... Der erste, also gut, der erste ist hier. Ja. Ja, okay, Bruder. Langsam. Ah! Nein! Warum? Heute ist reich. Ich hab etwas, was... Ich hab gar nichts mehr. Warum? Ey, der macht einmal gutes LP und fängt einfach an zu schießen. Da war doch gerade alles gut. Da war doch gerade alles gut. Schatten stellen wird. Es ist krasser als... Hier da rum, im Fall, egal was. Pass auf, aber macht kein Auge, Bruder. Oh nein, ich glaube, jetzt kommt die Stelle, oder? Ah, nee, doch nicht. Denkt euch so, Bruder, was ist das? Ey, passt mal auf, Bruder, passt mal auf. Ey, wie geil ist das denn? Passt mal auf. Ich kann sogar schießen. Ey, mich verfolgt jemand. Hä? Passt jetzt auf. Wann gibt's das? Gibt's das ein GTA? Ach, das gibt's ein GTA, ne? Hallo? Hallo? Jetzt geh ich ins Krankenhaus, ich mach Terror. Ja, ha, ha, ha. Hallo? Ja. Du kleiner Go. Ja. Du kleiner Go. Ja. Hä? Was denkst du dir? Ja. Wild. Ey, der hat einfach den ganzen Server auseinandergenommen. Und, da hat immer wieder. High five. Wo. Wo. Bis zum nächsten Mal.